Spielen unter Linux geht doch gar nicht. Das verkaufen einem zumindest die üblichen Verdächtigen auf YouTube. Denkt immer dran. Kontroverse Themen bringen Klicks und wenn man sonst nichts zu sagen hat, stellt man sich halt besonders unbedarft an. Alles für die Kamera halt. Ich persönlich spiele seit 2004 exklusiv auf einem Linux-PC. Wir sind ein Gamer-Haushalt mit drei Kindern und wir haben keine einzige Windows-Installation. Nicht einmal als virtuelle Maschine. Ihr könnt euch also vorstellen, dass wir in all den Jahren schon so einiges erlebt oder gesehen haben. Neu ist dabei nur, dass das heute jeder kann, ohne vorher eine Ausbildung als Sys-Admin gemacht zu haben. Spielen unter Linux geht also. Zum einen gibt es native Spiele, also Spiele, die für Linux übersetzt wurden. Diese liefen früher in der Regel mit OpenGL und heute meist mit Vulkan. Das ist nicht ganz sowas wie DirectX, was sich noch um andere Sachen kümmern kann, aber dicht genug dran, um als Vergleich zu dienen. Ein Vertreter für native Spiele ist X4 Foundations von der Firma Egosoft. Und dann gibt es alles nicht-native. Man kennt das von Emulatoren. Es gibt dabei allerdings einen Unterschied für Windows-Spiele, die über Vine gespielt werden können, zu üblichen Emulatoren. Es wird hier kein komplettes Betriebssystem emuliert oder gestartet, sondern nur die Schnittstellen 1 zu 1 übersetzt. Das geht so weit, dass man sogar originale DLL-Dateien von Windows nutzen kann, wenn die eingebauten nicht weiterkommen. Klingt kompliziert. Ist auch so. Ein Vertreter für diese Kategorie wäre natürlich Elite Dangerous. Und weil das ziemlich kompliziert ist, hat Valve angefangen, Proton zu entwickeln. Das basiert weiterhin auf Vine und bringt alles mit, was ein typisches Spiel so braucht. Für Steam-Nutzer ist das besonders komfortabel, denn diese müssen eigentlich nur einmal in den Steam-Einstellungen unter Steam Play einen Haken an, für alle Titel aktivieren, machen und können nun auch Spiele über Proton starten. Meistens klappt das sogar. Wer kein Steam hat, kann auf einen alternativen Launcher zurückgreifen. Diese sind zum Beispiel Lutris, Wine Bottles oder der immer beliebtere Heroic Games Launcher, der wohl zum Beispiel auch mit dem Epic Store umgehen kann. Unterm Strich machen die aber alle das Gleiche. Eure installierten Spielumgebungen verwalten und viele Optionen zur Verfügung stellen, die man sich früher händisch auf dem Terminal zusammenfrickeln musste. In diesem Zusammenhang kommt auch Proton GE zum Einsatz. Das ist im Grunde ein protonifiziertes Wine des Nutzers Glorious Eggroll, ein relativ bekannter Gamer aus der Linux-Szene. Insbesondere als Star Citizen-Spieler läuft man seinen Builds immer wieder über den Weg. Die Besonderheit hier ist, dass die Proton-Versionen auch ohne Steam zurechtkommen. Man kann diese aber auch optional mit Steam zusammennutzen, etwa weil ein spezieller Patch für ein bestimmtes Spiel mit eingebaut wurde. Die wohl wichtigste Schnittstelle für Spieler, die es zu übersetzen gilt, ist wohl DirectX, wofür Wine bis jetzt OpenGL genutzt hat. Das hat nicht so viele Features wie DirectX und ist vor allem dadurch, dass es auf einem einzigen Thread limitiert ist, wohl auch relativ langsam. Was man also eigentlich möchte, ist die moderne Vulkan-Schnittstelle, was die Grafikkarte natürlich können sollte. Zwar läuft Linux dem Klischee nach auf jedem Toaster, Vulkan allerdings nicht. Erwappert also bitte keine Wunder, wenn ihr zum Testen von Linux nur einen alten Laptop aus dem Schrank zieht. Um dies zu erreichen, haben sich verschiedene Projekte gegründet, wobei ich hier nur auf die beiden DXVK und VKD3D eingehen möchte. DXVK kümmert sich dabei um DirectX 9 bis 11, wohingegen VKD3D sich um die DirectX 12 Anwendungen kümmert. Einige Spiele erlauben hier eine Auswahl und die Ergebnisse können daher drastisch unterschiedlich ausfallen. Spiele, die bereits Vulkan anbieten, profitieren hier übrigens besonders. Da muss kaum etwas übersetzt werden und kann quasi 1 zu 1 weitergegeben werden, was sich üblicherweise in flüssigeren Framerates widerspiegelt. Das ist übrigens auch der Punkt, an dem unter Linux FSR aktiv werden kann. Was unter Windows nur für einige Spiele funktioniert, kann unter Linux für jedes Spiel erzwungen werden. Fairerweise sollte man dabei aber bedenken, dass Spiele mit eingebautem FSR doch etwas besser aussehen, da hier die GUI auch von FSR ausgenommen wird und daher weniger matschig wirkt. Das klappt leider nicht immer problemlos, also ganz wie unter Windows auch. Im Alltag kämpfen wir hier vor allem mit Anti-Cheat-Systemen. Es ist so, dass Proton heute mit Support für einige Versionen von BattleEye oder Easy Anti-Cheat daherkommt. Der Haken, die Herrschiller bekommen natürlich trotzdem mit, dass es sich nicht um ein echtes Windows handelt und die Anti-Cheat-Systeme bekommen keine Admin-Rechte auf dem System selbst. Das schmeckt vielen nicht und so werden Linux-PCs teilweise wieder gezielt ausgesperrt oder gar nicht erst freigegeben. Roblox läuft zum Beispiel prächtig unter Linux, aber das Studio hat keinen Bock auf Linux-Spieler und beschlossen, diese stumpf auszusperren. Das liegt allerdings wohl vor allem daran, dass Linux-Nutzer immer wieder Fehler im Spiel gemeldet haben, wie diese es gewohnt sind. Dies hat man aber nicht als eine Chance gesehen, sondern als übermäßigen Support für eine unerwünschte Spielergruppe wahrgenommen. Star Citizen kommt übrigens inzwischen mit Easy Anti-Cheat daher, hatte aber irgendeinen Logikfehler unter Linux, was das Abschalten von ERC erfordert, um spielen zu können. Das ist bei CIG bekannt und wird hoffentlich bald gefixt. Im Moment werden Spieler ohne aktiviertes ERC hier noch geduldet, egal mit welchem System gespielt wird. Im Grunde also zocken ja, kompetitives Mehrspieler, es kommt drauf an. Die Webseite awantigeat.com hilft für eine grobe Übersicht, welche Spiele mit Anti-Cheat funktionieren und welche nicht. Das ist natürlich nicht alles. Wir erleben unter Linux selbst gerade einen massiven Umbruch in der Art und Weise, wie grafische Oberflächen oder auch die Tonausgabe funktionieren. Ohne hier groß ins Detail gehen zu wollen, leben wir gerade in einer sehr spannenden Zeit. Der traditionelle X-Server, der zur Darstellung der Benutzeroberflächen verwendet wurde und nichts mit Elons Twitter zu tun hat, wird im Grunde nicht mehr weiterentwickelt. Diese Rolle übernimmt in Zukunft Wayland. Damit nun aber nicht sämtliche alten X-Anwendungen kaputt gehen, hat man eine Übersetzung für das X11-Protokoll des X-Servers programmiert und das ganze X-Wayland genannt. Im Alltag merkt man davon wenig. Problematisch wird es erst, wenn man zum Beispiel den Desktop in Discord teilen möchte. X-Anwendungen sehen Wayland-Fenster nicht. Und umgekehrt. Natürlich gibt es hier auch Lösungen und so ganz langsam kommen auch Anwendungen wie Discord aus dem Knick und werden für Wayland-Fit gemacht. Etwas ähnliches haben wir bei der Tonausgabe. Hier gibt es die beiden Systeme Pulse Audio und Jack, welche normalerweise nicht gleichzeitig aktiv sein können. Diese wurden auf vielen Distributionen inzwischen durch Pipewire abgelöst, welche beide unter einen Hut bringt. Darüber hinaus wird Pipewire in Zukunft nicht nur für Audio-Streams, sondern auch für Video-Streams genutzt werden. Damit sind nicht nur Webcams gemeint, sondern eben auch Screen-Sharing-Sachen unter Wayland. In Zukunft haben wir also in der Regel Pipewire für Ton- und Video-Streams und Wayland als Protokoll für die verschiedenen Benutzeroberflächen selbst. Da tut sich also noch sehr viel, doch finden sich im Internet natürlich noch sehr viele Anleitungen zu den alten Systemen, was für Neulinge sehr verwirrend sein kann. Genau wie unter Windows dürfen wir uns übrigens mit Treibern und Codecs herumschlagen. Es ist zum Beispiel noch nicht lange her, dass der beliebte Videocodec H.264 mal wieder für Probleme gesorgt hatte. Dieser hat eine sehr ungewöhnliche Lizenz und wurde vorsorglich in einigen Distributionen aus Sorge um eine mögliche Klage deaktiviert. Zwar kann man das rückgängig machen, doch sorgte dies für allerlei Unmut. Über ähnlichen Ärger freuen sich Nvidia-Käufer immer wieder. Deren Treiber ist proprietär und muss bei Neuerungen im Linux-Kern immer wieder von Nvidia nachgebessert werden. Die sind damit leider manchmal etwas langsam. Außerdem muss der Treiber in der Regel nach der Installation von Linux selbst nachinstalliert werden. Also wie unter Windows auch. Das sieht bei AMD besser aus. Hier gibt es einen freien Treiber, der mit den sogenannten Mesa-Bibliotheken bereits bei der Installation von Linux ausgeliefert wird. Und da das ein quelloffener Treiber ist, wird dieser meist auch deutlich schneller aktualisiert. Da ist natürlich auch nicht alles Gold. Nvidia's NV-Enc ist dem deutlich generischeren Fabi als GPU-Encoder-Decoder beim Offloading deutlich überlegen. Dafür läuft Fabi nicht nur unter AMD, sondern auch mit Intel-GPUs. Das dürfte jetzt vor allem für die Streamer interessant sein. Prinzipiell ist eine AMD-Karte unter Linux heute deutlich stressfreier. Die neuen Modelle bekommen inzwischen sogar Firmware-Updates über FWUB-D, ein zentrales Tool zur Verwaltung von Firmware-Updates. Das dürfte vor allem für Tuner und Overclocker interessant sein. Die Steam-Version von Elite ist aktuell definitiv am einfachsten. Die meisten werden hier einfach nur auf Spielen klicken und ein brauchbares Erlebnis bekommen. Mir wurde sogar zugetragen, es laufe flüssiger als unter Windows, aber da fehlen mir halt die persönlichen Vergleichswerte. Selbst auf dem Steam-Deck läuft es noch und ich konnte es auch über Steam-Link noch gut spielen. Dabei kommt man natürlich ein Gamepad zum Einsatz. Andere Launcher, wie Lutris, kommen teilweise mit Skripten anderer Nutzer daher, welche die Installationen von Elite Dangerous übernehmen können. Diese müssen allerdings nicht genutzt werden. Sollten diese fehlschlagen, bleibt immer noch der manuelle Weg. Joysticks laufen in der Regel ebenfalls. Es gibt hier allerdings einige Modelle, die nur unter Windows mit einer eigenen Software programmiert werden können. Dazu braucht es eine virtuelle Maschine oder ein echtes Windows, denn hier kommt in der Regel direkter Zugriff auf die Hardware in Spiele. Dies klappt oftmals über Wine nicht, da Wine keine Treiber emulieren kann. Einmal programmiert, funktioniert ein solcher Joystick dann meist auch unter Linux. Eine Falle stellt hier allerdings Steam selbst, welches gerne Joysticks überschreibt und virtuelle Gamepad-Controller dafür einrichtet. Das möchtet ihr mit einem Hotas-System eher weniger, da ein Gamepad nur eine sehr begrenzte Anzahl Knöpfe unterstützt. Lasst das also für Elite aus. Eine Reihe nützlicher Tools zum Einstellen, Kalibrieren, Makros oder eigene virtuelle Geräte sind hier JSTEST GTK, Anti-Micro-X, Molten Gamepad und Input Plumber. Alle eigentlich einen eigenen Talkwert. Will man die gewohnten Bindings übernehmen, muss man diese vorher sichern und in das entsprechende Verzeichnis kopieren. Hier legt Proton ein sogenanntes Compact-Verzeichnis an, in dem sämtliche Dateien und Konfigurationen liegen, die nicht zum Spiel selbst gehören. Hier findet sich eine komplette Verzeichnisstruktur wieder, wie man das von Windows kennt, inklusive einer Registrie. Einmal für jedes einzelne Spiel. Das verhindert, dass sich Spiele gegenseitig Einstellungen überschreiben, erlaubt einen Betrieb in einer Sandbox und macht allen das Leben schwer, die im selben Kontext eine weitere Windows-Anwendung starten wollen. In der Registrie findet sich auch der Joystick wieder. Die Input und Ex-Input sind hier einfache WINE-Subsysteme und nichts Protonspezifisches. Ab und an erkennt WINE unabhängig von Steam gerne mal einen Joystick als Gamepad und limitiert die möglichen Inputs entsprechend. In dem Fall muss man also an die Registrie ran und daher sollte man das im Hinterkopf behalten. Auch andere Tweaks können hier gemacht werden. Für beide bietet WINE ein paar nützliche Unterprogramme an, welche über WINE-Control bzw. WINE-Reg-Edit aufgerufen werden können. Das Zielverzeichnis wird dabei über die Umgebungsvariable WINE-Prefix bestimmt. Das ist etwas, was einem Launcher wie Lutris abnehmen und Schaltflächen für alles anbieten. Steam bietet hier nichts an, daher ist es wichtig, dass man das zumindest mal gehört hat. Taucht der Joystick hier auf, ist jedenfalls die halbe Schlacht geschlagen, denn dann sollte auch das Spiel den Controller erkennen können. Besonderen Spaß macht etwas unübliche Hardware. Es ist zum Beispiel nicht trivial, ein Spiel über mehrere Monitore zu maximieren, wenn dieses nur die maximale Auflösung des primären Monitors anbietet. Eine recht übliche Lösung für dieses Problem ist die Anwendung Gamescope. Das ist im Wesentlichen das, was auch auf dem Steam Deck läuft. Spiele werden hier über einen Wrapper gestartet und mit einem einzigen virtuellen Bildschirm konfrontiert, dessen Maße man frei bestimmen kann. An dieser Stelle kann auch FSR erzwungen und eingestellt werden. Gamescope läuft heute sowohl unter X als auch unter Wayland. Zickt es auf dem einen rum, läuft es oft auf dem anderen. Support für Variable Refresh Rates zieht übrigens gerade erst in die verschiedenen Oberflächen ein. Je nachdem, was ihr einsetzt, kann das bereits funktionieren. Ad-Tracking für Elite Dangerous und auch Star Citizen ist über die App OpenTrack machbar. Die Hardware von TrackIR ab Version 5 kann dazu leider nicht genutzt werden. Der Hersteller scheint nicht an Treibern für Linux interessiert zu sein und ist bereits in der Vergangenheit mit großzügiger Klagebereitschaft aufgefallen. Mein eigener Headtracker ist übrigens DIY aus Pappe und hat mich gerade mal 5 Euro gekostet. Ein Tobi-Eyetracker ist leider zum aktuellen Zeitpunkt auch nur ein Briefbeschwerer. Es gibt ein paar zackhafte Ansätze, diesen auf Linux ans Laufen zu bringen, aber mangels Hardware habe ich mich damit nie weiter beschäftigt. VR kann man wohl ans Laufen bekommen, ist aber aktuell wohl eine mittelschwere Katastrophe und der Support für solche Geräte sehr durchwachsen. Hier möchte ich auf Corbin78 verweisen, der hier deutlich mehr Erfahrung hat und jede Menge Spiele mit VR unter Linux ans Laufen bekommen hat, inklusive Elite Dangerous. Companion-Apps benötigen oft Zugriff auf die Spiellateien. Dazu müssen diese, wenn es sich ebenfalls um Windows-Programme handelt, im selben Wine-Kontext wie Elite gestartet werden. Steam macht einem das nicht besonders einfach. Es ist jedoch machbar, sprengt hier allerdings etwas den Rahmen. Ein alternativer Game-Launcher, der Companion-Apps zusammen mit dem Hauptspiel selbst startet, kann ebenfalls genutzt werden. Einige Apps können einfach gestartet werden, da diese in einer systemunabhängigen Sprache wie Python oder JavaScript geschrieben wurden. Diese benötigen in der Regel nur noch eine Pfadangabe zu den Spiellateien. Der ED-Market-Connector ist ein schönes Beispiel dafür. Sprecht mich da im Zweifelsfall gerne einfach darauf an. Natürlich sind gerade beim SNPX noch andere Spiele beliebt. Star Citizen ist dabei ja bereits mehrfach gefallen. Und ja, das läuft ebenfalls. Hier hat sich eine sogenannte LUC, eine Linux-User-Gruppe, gebildet. Das ist eine Org im Spiel, unter der sich Linux-Spieler gegenseitig helfen und Tipps und Tricks austauschen, um Star Citizen unter Linux-Lösung spielen zu können. Es wurde sogar ein eigenes Skript für Linux-Nutzer entwickelt, welches lästige Arbeiten wie Shader-Caches-Resetten komfortabel übernimmt und sogar Star Citizen selbst installieren kann. Da existiert zwar auch in Lutris selbst ein Skript, doch ist dieses wohl veraltet. Die LUC kann man als Dachverband sehen und weniger als Konkurrenz zum SNPX. Es ist dort absolut üblich, weiterhin unter anderer Org-Flagge zu fliegen. Ja, und Satisfactory läuft auch einfach. Das spiele ich persönlich seit Jahren in der Early Access und habe auch den Wechsel auf Vulkan aus der ersten Reihe beobachtet und mich ab da über flüssigere Frameraten gefreut. In diesem Spiel habe ich sogar mehr Stunden als in Elite angehäuft. Beste Early Access ever! Apropos flüssiges Spiel. Natürlich kann man auch unter Linux noch einiges extra rausholen. FSA wurde ja bereits mehrfach angesprochen. Darüber hinaus gibt es noch eine Game-Mode-Erweiterung, welche diverse Systemoptimierungen automatisch hochfährt, was in der Regel bedeutet, dass Stromsparoptionen abgeschaltet werden und die CPU auf volle Taktung gebracht wird. Dann gibt es noch eine ganze Reihe Werkzeuge, wie etwa Core Control, wo sich unter anderem Lüfterkurven konfigurieren lassen. Mit OpenRGB können viele RGB zentral angesprochen werden. Nicht alle Systeme sind hier bekannt, doch werden es stetig mehr. Ab und an existiert spezielle Software, wie etwa GX52, um die Läds an einem X52-Joystick zu steuern. Mit MangoHut kann man sich die FPS und andere Systemwerte als OSD über dem Spiel einblenden lassen und so auch zum Beispiel die Temperatur im Auge behalten oder einfach nur mit der Spotify-Playliste beim Livestreaming angeben. Mit VK Basalt existiert ein Post-Processing-Layer für Vulkan, der ähnlich wie Reshade genutzt werden kann, um das Renderergebnis noch nachträglich anzupassen. Ja, und welche Distribution nimmt man nun für Gaming? Ganz ehrlich, nehmt was auch immer euch gefällt. Die Auswahl ist groß und jede Distribution hat unterschiedliche Schwerpunkte. Prinzipiell sollte es etwas sein, was einigermaßen am Puls der Zeit lebt, um immer aktuelle Treiber zu haben. Aber auch nicht so neu, dass man immer die neuesten Bugs ebenfalls erwischt und ständig ein kaputtes System hat. Möglich drastische Unterschiede gibt es kaum. Oft dreht es sich vor allem darum, welche Oberfläche vorinstalliert ist und was für ein Paketmanager zum Einsatz kommt. Hier haben sich über die Jahre vor allem RPM und DEP etabliert. Manche Sachen bekommt man nur als RPM, andere nur als DEP in fertig serviert. Das sind allerdings Details, denn unterm Strich sind das alles nur Archive, wie zum Beispiel MSI-Dateien. Dazu gibt es einen Zoo an übergreifenden Paketformaten wie Flatpak, Snap oder App-Images. Viele sind hier oft nichts Offizielles und man kann sich da auch schnell etwas eintreten. Das ist allerdings auch genug für einen eigenen Talk und da gehen die Meinungen weit auseinander. Prinzipiell sollte man möglichst bei dem bleiben, was die Distribution mitbringt. Das sorgt für den geringsten Ärger, damit bei einem Upgrade der Version nicht alles auseinanderfällt. Wer erstmal probieren möchte, kann dies in einer virtuellen Maschine machen oder sogar ein Dual-Boot-System einrichten. Tut euch hier nur selbst einen Gefallen und nehmt eine eigene Festplatte für Linux, denn Windows ist notorisch darin, ganze Festplatten bei der Installation platt zu machen und Bootloader ungefragt zu überschreiben. Das spart euch eine Menge graue Haare. Und dazu noch. Ja, Linux kann NTFS-Partitionen von Windows lesen. Versucht aber nicht, Spiele auf NTFS-Partitionen von Linux zu starten. Das wird schief gehen. Installiert die Spiele unter Linux nochmal und kopiert nur rüber, was ihr wirklich braucht. Hilfe findet man auf vielen Seiten im Netz, allerdings oft nur auf Englisch. Einige Programme kommen auch nur auf Englisch daher, zum Beispiel, wenn sie noch niemand freiwillig übersetzt hat. Englischkenntnisse helfen also ungemein. Ich weiß, euch allen qualmt bereits der Schädel, aber nun bekommt ihr trotzdem Gelegenheit, noch Fragen zu stellen, die ich dann nach bestem Wissen und Gewissen beantworten werde. Vielen Dank.